Ich trinke auf alle Kollegen, die das letzte Jahr nicht überlebt haben. Die schließen die ganzen Filialen, die machen die Standorte zu. Wir sind nicht irgendeine Filiale, wir sind die Filiale. Der menschliche Mitarbeiter, wie wir ihn kennen, also sieh so, ist bald Geschichte. Das ist unsere letzte Weihnachtsfeier, darauf erwähne ich meine Anlagen. Das ist doch alles nur ein Spiel und alle spielen mit, solange es geht. Die letzten 15 Minuten sind nicht geschehen. Dieses Jahr wird es keine bösen Überraschungen geben und alle werden nachher zufrieden ihre Geschenke nach Hause tragen. Was ist das denn? Do you recognize me? What is really here? It doesn't surprise me. Let me just... Was ist das? Jetzt bin ich endlich frei für dich. Träum weiter. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und deswegen wünsche ich uns allen einfach ganz, ganz viel Liebe.